Man muss aber auch gerade sagen, A konnten sie ein bisschen angreifen, weil der Blitz auch ein bisschen nervig war und B hatten sie glaube ich die ersten zwei Runden, wo sie sich dann gegenseitig weggeholt haben. Da hat es ein bisschen einfacher gemacht. Ich glaube die erste Runde hatte zwei eigene Kills. Welchen Erfolg. Nein, man muss es doch einfach mal so sehen. Das ist doch genau so gewesen. Natürlich freue ich mich, dass wir die erste Runde gewonnen haben. So ist es ja nicht. Aber ich sehe es nur sachlich. Na ja, aber gut. Gehen wir mal rein in die zweite Runde und schauen wir mal, wie das da aussieht. Ja. 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Na dann. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Das ging schnell. Das ist unsere Sully, die riecht direkt, wo die Feinde stecken. Geil sitze. Ist doch ja bescheiden. Ja, meine Katze. Ja. Der hat Hunger. Der kriegt auch nach der Runde. Nur Katze? Ja. Oder er kriegt die Fliege nicht, das kann natürlich auszahlen. Wenn Möglichkeit, will ich noch mal kurz rein doki doki machen. Ich lade jetzt nach. Stolzsprengsatzakt. Brenner bereit. Ich lade kurz nach. Ne, war nischt. Magazinwechsel. Brennereinsatz vorbereitet. Die Fliege wird aktiviert. Nein, Sully. Vorsicht. Ich wollte dich nicht anhinten. Hell wird aktiviert. Letzter verbleibender Gegner. Oh Gott. Get off the aim. Das ist ein Stück weiter. Ja, dann irgendwie. Das ist ja das. Ja, der Ping war okay, aber wie gesagt, es ist dann ein Stück weiter gegangen. Aber egal. Wir haben sie. Ja. Ja, die war auf die andere Tür, glaube ich, fixiert. Gut, eins gegen drei ist schwierig, wenn du on point bist. Gut, eins gegen drei ist. Es ist ja nicht so schlimm wie bei GTA, wo du dann nebenbei Würfgängemenü kochen kannst. Aber Markus, eigentlich müssten wir mal wieder ein bisschen GTA machen, wäre eigentlich mal ganz cool. Wieder mit dem alten Trupp einfach mal zumindest mal eine Session mal machen. Ja, mit Yvonne oder so mal fragen, ob sie Bock hat. Die haben auch ein Mute. Die haben auch ein Mute. Naja, ich hätte gerne mal wieder Bock auf ein bisschen GTA, wäre mal wieder cool. Warte, warte, warte. Das hat schon wieder ist. Ja... Das hat... Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ich sehe, wo du dich versteckst. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Ich habe rechts von dir, von Sandy sitzt da jemand. Ja, bei mir war es jetzt genauso. Ich wollte eigentlich reinfüseln in das Fenster und mache das Ding komplett kaputt direkt. Gut, Sandy, du bist mir aber auch gerade mal ganz kurz vor die Flinte gerannt, wo ich das Ding kaputt schießen wollte. Äh, von der, was vor der Tür war, dieses komische Gebilde da. Na gut. Ne, herrscht. Spätig aufgezogen. Grennt scharf gemacht. Tür in die Wohnung überhalten. Eingang repariert. Explosionsradio. Sorte-Mobbund-Gefahr. Entsprechend planen. Fadensauge bereit! Seht abgestimmt. nur noch zehn sekunden ja in die tür wahrscheinlich zugangsperre ausgelöst irgendwo ich glaube der tür gleich wo sie rein sind direkt die nächste ja jetzt noch an sekundig gehen wir kurz noch nie letzter verbleibende operator des eigenen trupps nur noch ein gegner übrig mission gescheitert eigener operator gefallen und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind nicht vom Schild, sondern im Loch daneben. Oh, hier gehen wir nicht aufs Winkel. Die mache ich hier auf. Schärfer hier. Schild, hier. Scheiße, ich bin tot. Ich habe Montagne oder so was, steht glaube ich vor dem Loch. Und irgendwas ist drin. Wie schnell die immer drauf sind, ey. Obwohl die gestunt sind. Hinterdorf im Kopf. So, ich bin jetzt mal eine, vielleicht zwei Runden raus. Ich weiß, ich weiß noch nicht. Aber ihr seid ja noch ein bisschen da, oder? Ich weiß, was das? Ich weiß. Vielen Dank.